Hallo, hier bin ich wieder mit Drei, herzlich willkommen, mein Grüß. Genau, ich hab heute auch gedacht, dass wir einen Zeitpunkt ein neues Fluffer-Game und zwar wieder einmal ein Scratch-Game für einen Flash-Player. Wo ich bin bei One-Eyed, Puffy Scrap Chat, Yo, Help, how to play, so what to do, oh no, keep your eyes on both doors, left, right and you have to keep your eyes on the crack in front of you. When you say crack, the last thing is all over there, where it is behind you, because there is a vent, so you know, we tell you what. Press that arrow to your right to turn the page. What they do to us, left to an email and you check the camera. Was the red button closed, check the light off, Fick, ach, leg mich doch am Arsch. Start, 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 spiel, ja, yo, redempt into this game, ok, fort, kapier's eh nicht. Ja Freunde, es gibt sie halt nix anderes. Jo, Ja, Granny said it's a scratch. You lost the bet. Yo, ich hab die Wette verloren. Yo, ich weiß, was das bedeutet. Ja, ich geh ihn hier. Ob jetzt Nirvana. Yo, don't bring him up to... Yo. A crabsack. Yo, 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 yo. Yo, people who think you are cheating your marker. Piep, piep, piep. Er ist da hart, ne? Mate, was? Yo, Rusty. Rusty. Just go, yo. Let's it. Let us go. Great. I love it. You can see the performance on my face. Night one. Wait on camp two. I'm here to instruct you on your first night on the job. What is this? So, due to unfortunate events at Puffy's Crab Shack, it was time to close it down. Loading? What? What? That's why we hired you to make sure that nothing goes wrong because we shipped everything off. Night vision. So that means you have to deal with the animatronics for a while. I know people say that they are haunted, but there is nothing worth it at all. Plus, it's all fake. What? What? So let's get started with your name. Nitrous. Pfff. Really? What? No. Yo, ge. What? What? Loading? Really? Oh, shit. What's that? Oh, holy. Leute, the speed get my choice. But I am full of the clothes. Crack. What? Yeah. Crack. Yo, ge. What? Leute, schau ich mal die Spiele an. Crack. What? 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 Jetzt wird er gemacht. Holy moly. What? Jesus Christ. Geist, Leute, mir wird gleich übel her. Aber sowas kommt raus, ne? Bleibt mir nichts anderes, um mich für so eine Scheiße zu spielen, ne? Ja, also es gibt ja auch gute. What the hell? Oh, scheiße, das ist die Nightmare. Was ist das für eine Scheiße? Will ich mir jetzt das durcheinander bringen, oder was? Oh, Leute. Ich spielte nur eine Nacht. Also, das ist was für miese Frappe. Aber gut, ob das hier jetzt schon... Schau mal, wie scheiße das schon allein gemacht ist. Man kann so viel auch so mal aus selbst der Scratch rausholen. Aber das ist ja wohl eine oberfrechere... Ach, ist doch Gülle hoch 10 hier. Gülle im Quadrat, im Viereck, im... Dann müssen wir wirklich den roten Punkt drücken und dann Ende-Gelände aus die Maus und mir ins Eck scheißen, verstehst du? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, es gibt nicht mal ne Zeit oder was? Da sind die Lollipops da und die kann er sich schon mit dem Vertical Horizontal Tür crack. Yo, shit happens here. Ich sag das. Wie flue es ist? Huh? The time? No time? Great. Great stuff. This game is absolutely more than trash. This is holy moly shitty shitty bam bang. Leute, mir wird gleich schlecht hier. Ich sag das. What a fool. Ja, da kommt der Kogorra. Nightwish. Was braucht ihr denn Nightwish? Wenn Kogorra kommt. War schon jemand da? Ich weiß, was ich ja sagen soll. Was ist das? What is this? This is nothing. Ah, rot geht Tür zu. Und grün geht's auf. Und blau? Blau ist Foto. Oh yeah. Und jetzt Foto. Gibt's wieder ein Foto? Krieg ich mein Foto wieder oder? Kommt die Musik wieder? Leck mich doch an die Bananen her. Hör auf! Schau auf her. Leute, passiert nichts. What? Oh, I'm very angry. Weißt du, keine Uhr, keine nichts. Es ist gezeichnet, voll ist scheiße hier. Da wird's doch übel. Da kriegst du ja Angst und bang, wenn du sowas gegen den Kindern zeigst. Sowas macht der Vater in seiner Freizeit, verstehst du? Na Gott sei Dank hab ich keine Kinder. Ja, die würden dann auch, ja was weiß ich, schreien aus dem Haus rennen. Und in Eckhacken, ja, oder was weiß ich. Blau, Alter. Da war die Tür zu, war die Tür wieder auf, ja. Weißt du, wenn du auf Roh drückst, die Tür zu, dann geht's wieder auf, dann geht's wieder... Also... Hau die Maul. Was weiß ich, mach da nur ein Foto, mach da nur ein Foto, mach da nur ein Foto, mach da nur ein Foto. Ja... Ja... Foto, du weißt du was, ich bekam ja... Gehitten, jo. Das war Five Nights... Äh, wie heißt die, weiß ich gar nicht, mal schauen. One Night at Puffy's Crab Shack 2, jo. 2, 2, 4. Zwei, noch zu viel, ja. Ich bedanke mich bei den Versuchseln, ich würde mich freuen, wenn ich rein schalte, oder wo ist es gerade, ich hab nicht klaut, sowas von voll. Bedeutung, ich bin da, oh. Bewerde doch dieses Video, und, äh... Schreib es in die Kommentare, und... Danke.